Hallo Leute, Willkommen zurück zu Part 4 von Pokémon Platinum, wir enden gemeinsam nach Glück. Im letzten Part haben wir Sanderaufgleich 9 gebucht und Adina hier gefangen. Welche die Fähigkeit Fabrics hat, Vorschul-Saison. Ja, gute Werte sind einigermaßen gute Werte. Aber jetzt gehen wir mal in die Treine nachschuldung. Und zwar folgt sie bei der Treine davor. So, Vorschul-Saison-Item. Immer bald unser nächster Rivalenkampf mit Manuel, deswegen müssen wir auch ein bisschen trainieren vorher. Das ist einfach tot, können wir kämpfen. Klar. Das muss man Pokémon machen. Von Lämmunterschied her... Ne, danke. Den ... ... ... Übern Lady Shacken-Brachen sind dran... Ssshhhh Sshhh 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 Sshh Ich spiele, glaube ich, sie trug in das Mana, aber ich habe ja Kampfs nicht auf jeden Fall eingesetzt. Können wir kämpfen? Gut, kämpfen können wir ja. Mopsi, okay. Oh, das fällt ja krank aus, die Läne mit sind das nicht cool. Hör uns ja einfach mal mit Adi nach. Ich meine, ich habe Wokste, was mir ab... Ja, ich habe auch gedacht, dass die immer die Wokste da drin sind. Und jetzt haben wir das Woksteil dafür, wenn man sich jetzt fahrscheinlich auf jeden Fall saß. Ja, ich habe das Woksteil dafür. Wir haben jetzt ein Woksteil. Wenn ich jetzt ein Woksteil, finde ich, warum ich jetzt so ein Woksteil für eine Woksteilung bin, Ich habe ihn mit dem 6, aber ich habe ihn mit dem 6 gegründet. So, Mobs besiegt Alena Level 6 und erlandt bis zum Glück dann. Der Film kann nicht, dachte ich hätte eine Suchchance. Jetzt kommt noch an die Gäste. Aber es kommt noch an die Gäste. Wer muss der Führer hat? Wer muss der Führer hat? Moment und her, aber gut. Okay, jetzt hat's okay, das ist auch ja auch nett was zu machen. Er baut nur eine, sagt er, und verlor sie in der nächsten Stadt. Und verirrte sich. Vielen Dank. Vielen Dank.